und hallo und herzlich willkommen dabei in nächster aufnahmen bei minecraft days und ich bin guter sachsie wir werden heute natürlich habe ich schon am Ende der letzten folge erzählt wir werden die eingänge für diese zäune besser bauen dass wir sehen von entweder da ist eingang und markieren mit dem po ja ich habe kurz vor allem die türchen gebraucht und habe ich wollte achse wir werden gebraucht aber die ist der reaktiv kaputt ja toll da habe ich noch kurz vor diesen unten koffer koffer klar tour habe ich drei diamanten schon rausgeholt so genau und ich habe so hier genug schon will ich so machen so und hier war das blöde ding so wollte markieren unser passt so machen wir überall wir sagen genau das habe ich befürchtet das ist aber weiß ich nicht wo sie der eingang ist da werde ich so 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 wie du das soll wollte eng war auch machen dann habe ich gesagt kommt man jetzt da ist kein eingang da haben wir schon eingang gemacht hier ja lassen wir heute ist schon scheiße habe ich gemacht hier ist ausnahme hier lassen wir aber andere wegen machen wir so da wird noch frei und dafür da andere sollte schon dran sein genau sieht gut aus habe ich gesagt machen und will ich doch hier machen so sozusagen hier ist meine münchen also tür feuer feuer und rein geht's und was wollt naja theoretisch das war ich habe gedacht länger dauern aber gut so lange gedauert wie ich erwartet und erhofft habe und ich habe gesagt ich will ich möchte so 1 2 3 so so machen wir haben ja überlegt was kann ich gut machen dass wir sich gut aussehen jetzt weiß ich wie machen wir dies hoffe ich dass wir so gut aussehen brauchen wir uns steine na vier nehmen wir und holz brauchen wir auch holz sie ach du schande langsam bin ich arm mit holz wahrscheinlich nächste woche muss der holz fahren weil das ist kritisch aus mit den holz und bei uns so holz sie holz sie ne das ist falsch ne das ist falsch ne das ist scheiße das ist falsche must hoffen wir das reicht uns weil theoretisch brauchen wir so und so öfter brauchen wir die steine als warte wollte ich noch kurz da schauen ja ich weiß das sollte ich schneller schauen aber ja jetzt geil das genau wollte ich machen aber sollte das erreichen glaube ich zwölf ja komm machen wir noch also so fertig wie sieht aus warte 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 ach so so geht das auch nicht schlechte idee finde ich ne treppen sind besser für dich ne treppen sind besser für dich so 1 2 3 4 5 6 7 so so lassen wir munter so sehr schön weil der weg ist so aus stein da habe ich mir gedacht komm mach mir auch den naja eigentlich wollte ich anders machen das 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 von hier bis hier werde so ein weg aber das wird nicht so toll aufsehen warte mal habe ich noch habe ich habe ich nicht scheiße äh konnte ich Spitzhacke nehmen wäre auch gute idee na gut muss ich mir so machen ah ne da habe ich sogar richtig genommen hahaha geil so äh was ich will mir jetzt nehmen nehmen machen was will ich mir jetzt nehmen ich will deine Seele nehmen so ne natürlich nicht so 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 und hier machen wir stein ich überlege hier so mache ich schon zack seht ihr oh schön 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 so so wird es später das alles verbessert zack 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 das höher machen wir nicht das sollte passen sind wir schon genug so und jetzt na ja ich würde eigentlich anders machen aber gut wenn haben wir so schon angefangen haben bleiben wir so 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 tut es gut aus momentan mhm ö noch haben wir sehen ich weiß nicht bei lücken ja ups mach hier so eine kreuzung das kann da gehen und ja ok da wird es scheiße so leer leider leer komm ersten so der reichen uns der erste naja ist toll das lasse ich weil muss die Spitzhacke holen da hole ich später so passt also das ist echt verdammt viel stein je breiter desto mehr steine wahrscheinlich werde ich gebrauchen der ist besser so finde ich wieso wieso ist einfach weil ich kann die ganze steine verbrauchen endlich aha so 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 also so so noch was leer ach haben ich noch war leer schon das könnte nicht sein genau das wollte ich sagen da vorher ich werde brücke bauen dunkel und ich werde langsam zu ende so kurz zu endet hier machen dann gehen wahrscheinlich gleich scheiße ich werde komplett alles verballert haben wir schon so sehr schön kleine blutchen haben wir ja schon gebaut sehr schön ich hoffe es reicht jetzt bis dahin her so ich weiß wie mache ich das aber ich will eigentlich von dort irgendwo hier so rum machen und irgendwas muss ich noch überlegen wie mache ich das ich vielleicht habe ich schon die dinge so so es ist nacht sehr schön das lassen wir alles nächste woche haben wir wahrscheinlich vor der schweiße holt zu fangen also das kommt unten und das geht auch unten das geht nach oben so ja du hast schaufelt ich gehe weg denn sogar so hier sind momentan werden wir jetzt zu fungen ein wie weg das weg das brauchen das werde ich gebrauchen jetzt gleich also das brauche ich nicht also dass das dass das brauche ich wasser einmal habe ich hier sehr schön kompass nicht und so gut wie wir sind gut gerüstet genau sollte uns erreichen gehen wir jetzt in mina ich hoffe mit diesen heute wir bekommen ein bisschen glück genau mit den farming alter der lade ist auch schnell zwei fleische bin schon satt so gehen wir ich weiß nicht wie weit weil ich letzte folge nicht ganz weiß ich ob sie ich glaube hier war mir fast fertig genau genau aha aha was haben wir hier schon weise mal wie weit theoretisch soll ich bauen ok 1 ok dann machen wir hier zwei aber theoretisch weiter haben wir hier redstone je scheiße bitte 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 kein glück wahrscheinlich kein glück nur redstone gott sei dank aber immerhin muss ich irgendwann was bauen scheiß so aus rechts doch immer viel leicht irgendwann würde ich bauen so fertig mehr gibt es nicht so gleich wird er sich kaputt ja so wie ich habe ich gesagt ne geht nicht schade er das gute zeichnen meine sicher ja wird es dann auch wenn wir zu uns hoffen erde bei die erde ich werde auch die diamant spitzhacke machen wieso ist einfach weil ich will auf die schaufel ich mache sehr höhe effizienz wieso das würde so grenzen cheating gehen weil die werde so schnell abbauen das ist abnormal sage ich euch hier unten ist noch was so fertig also anbieten haben wir schon hier also erstmal redstone und kohle er werde besser mit diamanten weil ja sind mir wichtiger schadet ich habe die spitzhacke so spät begann aber ich glaube irgendwann fühlen wir trotzdem irgendwo spitzhaken aber heute wahrscheinlich glaube ich müssen wir werden nicht so viel glück haben ja ok da haben wir noch eisen bekommen sehr schön mehr eisen auch nicht schlecht finde ich wir brauchen und so so eisen immer wieder ok und jetzt leute würde ich komplett verarschen oder ach du schande ok machen wir so ok hier ist nix kohle ok weil ich brauche die keys deswegen baue ich das schnell ab und wenn ich scheiße wahrscheinlich muss gleich nach oben schon gehen also mit mir wir werden nicht so erfolgreich heute nicht ganz haben wir ich hoffen metall gefunden hier ist auch eine schlechte idee muss ich sagen so jetzt müssen wir heute gehen wir sind wir jetzt momentan gezwungen hin so und ob man es noch was ist auch noch was nein ist es alles sehr schön aber wissen wir was ich werde sagen in dieser stelle werde ich beenden ich freue mich dass ich ja so lange mich angeschaut habe und wie ich werde mich freuen auf nächstes mal und bis nächste mal